moin leute wir sind es wieder was in sunday und suite hier das spiel leider noch nicht deswegen mal allein das ist eine neue map oder wenn ich blöd es ist keine neue ich wollte gerade schon sagen oder war schon die unten ich habe jetzt mal hier eine pistol die automatisch auf den kopf zielt die ist richtig unfair aber man muss auch ein bisschen gut damit umgehen können wo ich bin da klein dann spiel reinget ihr was schon fast zu ende ist ich hasse das dann mache ich jetzt noch gleich zwei runden terren weil eine runde ist etwas zu kurz ich bin ich mein was hier nicht gut arsch meinen titen rufen damit wenigstens schon mal etwas ich habe meinen titen jetzt schon so gemacht wie er übelst op ist das schon richtig gut mein titen oh fuck der ist ja auch viel drauf na gut jetzt ist er tot sonst hätte ich ihn jetzt einfach abgesnippt ich finde es aber cool dass die ganzen videos von mir von titanfall so viele aufrufe bekommen haben das heißt ich werde das spiel auf jeden fall kaufen und noch weiter let's playen also ihr kennt es wenn ihr das noch weiter bei mir angucken wollt mein ab oder so da lassen das würde mich auch sehr freuen nur ich finde ich hat keine leute tja da wolltest du dich verstecken an da komme ich nicht rein wow scheiße in luft geflogen nein mein titen war ja schon angeschlagen deswegen wie man auch gerade sieht ich bin schon level 14 wow fuck zwei gegnerische titans wow fuck wow fuck wow das erteilt mich gerade noch so gesehen oh nein so gut läuft die runde gerade nicht für mich muss man gerade ein bisschen wieder einspielen ja das ist immer das problem wir wollen da spielen ja warum wird der eine klima nicht angezeigt komisch ne die runde ist verloren kommt ein packst du noch drei auf ein das ist mal richtig fair muss ich zugeben ich war der einzigste aus unserem team noch der tod war ist ja was naja die runde ist ja angefressen gewesen deswegen ich habe auch sehr viel hier frei gerade freigespielt bekommen und ich war eine challenge äh challenge gewonnen naja ich glaube ich bleibe bei dem team oder ne doch sonst dauert es etwas zu lange dann warte ich lieber noch 60 60 sekunden wenn ich das spiel anfangen müssen wir auf jeden fall noch ein bisschen sachen erklären wie das jetzt funktioniert ja es ist richtig leicht zu verstehen ich glaube hier soll ich noch mit man noch mit der pistol spielen oder nicht ja komm der sniper sieht aber auch richtig geil aus so jetzt fängt sie dann muss gerade noch ein bisschen laden wie lange hat es bei dir jetzt mal gedauert das spiel runterzuladen ein zwei stunden nicht lange ja das ist ja auch nur die beta im moment zwölf gigabolt ich bin beta sehr groß die open beta sollte ja heute glaube ich rauskommen ich sehe davon noch gar nichts ja muss immer ein bisschen googeln ich glaube sollte heute oder irgendwann auf jeden fall rauskommen die ganze leute hier immer immer ich müssen die im weg rumstehen der war zu nah zu weit weg misst die killkimmig immer ansehen nur lacker nur weil ich da gerade vorbeigerandelt wurde angeschossen ist was für ein dreckiger lacker komm da wollte er mich treten zu früh gefreut hat er sich ich habe noch drauf gedrückt da war schon fertig mit einvisieren die waffe ist noch nicht voll abgecredit deswegen glaube ich noch nicht so eine weite reichweite da oben ist jemand drinnen ah toll geht auch aus dem weg oh jetzt haben ähm beta endet am ähm 19 februar um 3 uhr um 19 so früh endet die beta geht hier nein kann nicht sein nein kann nicht sein die closet beta vielleicht aber nicht die open beta wann beginnt die geschlossene beta von ähm titanfall und wann endet sie die ta äh titanfall ja ja endet am 19 ähm als ob die schon so früh endet doch eben erst angefangen steht hier aber du meinst dann bestimmt die closet beta schließt dann da öffnet sich die open beta ist aber nicht so ein geschlossener aber hoffentlich ist das so ob die jetzt schon schließen würde wir müssen ja die ganzen server stress test so noch so und so noch machen jetzt bin ich blind oder da oben ist ja wow wow da kämpfen grad titan mein titan geht kaputt ah jetzt nicht mehr ah er ist kaputt scheiße oh das schnall ich einfach raus das guck mal deine vorschritte in beta die du jetzt machst du brauchst nicht reden ich schneide das hier raus den ich sag's hier ähm deine vorschritte die du jetzt in beta machst die werden verlieren ja ja die werden verloren ja die werden verloren hier steht im ernst betas beta ne das die ähm hier alter das kann nicht sein thomas da will dich hier wohl jemand verarschen ich bin auf der originalen beta seite und da steht das hier 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 lol ich habe eigentlich zuerst geschossen aber egal das brauche ich hier verkackt jetzt dass die titan beta offen ist ja zwei challenges geschafft das ist doch super aber das war es mit der runde bis zum nächsten mal tschüss